heute nicht es ist eine kleine Lava-Währe sollen die sich dann auf und es hätte das ob das gerade nach verdammt so nicht mal in ich habe ich mit einem Stein mit einem Schaufelschlag getötet nächstes Thema ansprechen wer mit zwei 0 er zumindest er nur bedürftig geredet aber okay es geht habt ihr eine freundin an alle meine zuschauerinnen ich bin single ich glaube jetzt will ich keine mehr weil man weiß ja auch nicht ob du ein Huhn bist ach so man weiß ja genau ich bin die ganz schicken was den ganzen tag vom pc sitzt hier ist ein Hase ich muss ihn vergewaltigt wie in forest survival 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 ach ja Leute wir müssen jetzt noch was ankündigen und zwar Max wie läuft das jetzt mit the evil within erzähl dazu mal einiges bitte ja aufgrund von baumbusch rasenmäher was habe ich habe ich es da ein kleines problem mit the evil within weil das voraussichtlich nicht auf server prozessoren wie ich einen besitz laufen wird das heißt sie werden die ganze scheiße ist wahrscheinlich von mir sehen wenn ich dazu das geld finde du hättest es eh bei mir let's play also ach so ist es egal bloß dass dein pc halt mehr leckt als meiner na weiß ich gar nicht mal so viel wird er nicht mehr lecken ja klar jetzt wenn man scheiß stein braucht dann ist kein scheiß stein da wunderbar ist das sand oder ist das stein hey ich habe kohle gefunden so ähm äh nächste frage wie steht ihr zu euren eltern sind meine sklaven ok jetzt mal spaß bei seiten ey lass mal ganz kurz überlegen also sagen wir es so ich bin was man vielleicht jetzt nicht das typische mutterkind aber ich mache es da nochmal wirklich sehr viel mit meinen erlern sich sehr viel mit deinen eltern zusammen aber ich mache halt nicht sehr viel verboten ist das mal so zu sagen schade was ist los ja meine mutter kommt gerade mitten in der aufnahmezimmer wunderbar wo wir gerade vom thema sprechen ganz kurz moment max ich komme sofort wieder ja ähm ich soll ich ja jetzt zulaubern habe ich gehört also fangen wir an bla 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 vor Ort äh wo bleibt denn der Olli wo geht denn der Max schon wieder hin äh diesen Insider Kent wandelt ihn mal bitte auf'n Olli ab aber ich glaub das kennen die wenigstens euch ich kann ja mal die Szene hier reinschneiden wenn ich sie finde ähm Sand abbauen. Für Profis. So, meine lieben Freunde, der schlechte... Au! Au, da schießt jemand... Ey! Da schießt er auf... Au! Da schießt jemand auf mich! Und was war los? Wofür gerade war ein Thema? Ah! Ah! Da ist ein Skelett neben mir! Au! 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 Ich will nicht... Ich will nicht sterben gehen! Au! Au! Denn renn doch weg! Ah! Drei Herzen! Drei Herzen! Renn weg! Stell dich auf den Baum! Hallo! Meine Mutter! Oh! Ich hab richtig hart gefressen, ey! So, das erste Skelett kommt, das heißt, ich geh jetzt erst mal wieder zurück! Ja, es wird lange... Ich versuche es auch ganz kurz ein bisschen, äh, ein Big Tasty Bacon. Es wird ganz langsam nächtlich. Ich hab ein Hase. Was den Hase erlegt? Ja. Oh! Zwei Herzen hat sich mit runtergefallen! Ja, man sollte... bisschen... vorsichtig sein auf jeden. Ne, ich bin ja immer vorsichtig, aber... Na, ich nicht. Du... Du hast ja nicht so recht mit der Vorsicht. Der warst auch immer der Hauptcharakter bei den Abo-Specialen, die dank bestimmten Herren... ...probleme bereitet haben. Also, es waren diesmal zwei Herren, ne? Es war nicht nur einer, sondern... Ja, ja. Der eine wollte so, der andere wollte so, und einer wollte überhaupt nicht. Ja. So, ich bin jetzt inzwischen back an unserer Base. Ich hab aber keine Kohle gefunden. Hier ist Kohle bei diesem anderen Bag, wo wir dann rüber bauen. Ja, ja, wunderbar. Da ist Kohle, das Kohle ist leicht an der Oberfläche, ich bin grad... Da sind Hasen, ich muss erst töten, die haben roten Augen. Also, ich bin jetzt erstmal Safety. Ja, rote Augen, das sind Evil Hasen. Das sind Evil Hasen, wunderbar. Dann verfeuere ich ganz kurz noch ein bisschen rohes Schwein. The Evil Wolf Inn, sozusagen, in Minecraft. Ja. Ich hab verrottetes Fleisch, komm, dass esse ich, scheiß drauf. Ich hab mehr Hunger, aber du stirbst nicht von. Wie, ich krieg mehr Hunger. Also, du hungerst dadurch schneller. Aber du kriegst Leben. Okay. Also, vergiftet dich nicht, du kriegst halt bloß... Naja, ich hab mich grad halt vergiftet, so leuchtet ich halt so cool grün. Du leuchtest so, als wärst du aus Fukushima ausgebrochen. Ach, kann ich mir... So hörst du dich auch an. Äh... Was? Auf jeden Fall... Du bist Spacken, ey. Da muss ich erstmal verlegen Geräuschband werden, da auf jeden Fall, Max. So, dann fressst du erstmal ganz kurz ein bisschen Schwein. So, erstmal mit... Ich sag dir, Schwein fress und nicht durchwork, wenn ich stehe. Hä? Wo ist mein Schwein hin? Achso, ich hab's gegessen. Da hast du aber auch Schwein gehabt. Ja, da hab ich Schwein gehabt. Jetzt, nicht mehr. Na, vor allem ganz kurz noch das rohe Hühnchen. Oh mein Gott, ich bin gleich oben. Ich hab, äh, zweieinhalb Stacks mit Sand. Äh, nächste Frage, ne? Ja. Also, es sind drei Fragen, äh, mehr oder weniger. Also, erstens, was ist euer Lieblingsbuch? Zweitens, Lieblingsfilm? Drittens, Lieblingsserie? Okay, also, lass mal ganz kurz überleben. Lieblingsbuch? Überleben? Wie nimmt man ordentlich Hasen durch für Anfänger, Teil 1? Lieblingsfilm? Wie nimmt man ordentlich Hasen durch der Film? Und die Lieblingsserie? Ficken macht Spaß. Okay. Okay. Scherz beiseite, jetzt mal im Ernst. Lieblingsbuch, würde ich sagen, von Sebastian Fitzek, Noah. Wobei ich da viele hab. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt von Chris Wuding, die heißt Malise. Die find ich auch so premium. Und noch die, ähm, Young Bonds Serie. Die mag ich beide, die find ich echt geil. Lass uns überlegen, Lieblingsfilm? Pfff, hab ich eigentlich keinen richtigen. Und Lieblingsserie? Bin ich auch nicht zu der Fan, aber ich würd sagen, Lieblingsserie, zur Zeit Sherlock Holmes. Äh, gut, komm, ich komm, nur zu mir, äh, Lieblingsbuch, Blackout von, äh, Mike Elsberg. Sehr gutes Buch. Kriminalroman. Ähm, das haben wir dann filmen, ne? Ja. Äh, ich schaue nicht so gerne Filme, aber, ähm... Auch nicht so. Ein Film, den ich in den am besten fand, das war Back to the Future. Back to the Future? Let's go, oder gar nicht mal so scheiße. Was ich auch gemacht habe, ich habe ganz kurz mit hier nach unten. Ich schaue den, seit ich den das erste Mal gesehen habe, ähm, da schaue ich den mit Originalvertonung in Englisch. Okay, jetzt ist mein Spitzhacker auch weg. Aber sonst, es... ...habe ich keine geistigen Einschränkungen. Ähm, ja. Ne, also, guter Film, nicht schlecht. Ja. Ähm, das ist auch einer unserer einzigen Filme, die ich überhaupt mal irgendwann angeguckt habe. Okay. Ne. Ja, ich habe früher mal sehr viel geguckt, aber inzwischen nicht mehr so viel. Ähm... Alter, guck mal ganz kurz rein, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Decks mit Erde. Lieblingsserie habe ich keine, weil ich schaue keine Serien. Wenn man das halt als Serie bezeichnen kann, bei mir Sherlock Holmes. Gern, Mann, aber ich habe... Ich bei mir, ich... Wenn ich mal Fernsehen schaue, dann bloß Nachrichten und dann bin ich eingeschlafen. Oder dann mache ich aus, weil es... Naja, weißt ja, Fernsehen. Hm. RTL. Ja, komm, wenn du RTL erwähnst, kriege ich gleich schon das große Kotzen, da bloß auch mit diesem Krax, dann, ey. Oh, guck, Int... Ich habe einen Freund, der guckt GZSZ, ey, schlimmer geht es nicht. Das ist intelligenterweise so bei mir. Ich habe erst, ähm... Kanalbelegungen. Ähm, direkt nacheinander. RTL, RTL2, Super, RTL und RT... Und RTL Nitro. So, ich habe uns jetzt kurz Bone Meal gemacht. Äh, Knochenmehl. Und dann natürlich noch ProSieben und ProSieben Max, ne? Ey, Max. Moment. Ja. Knochenmehl. Kannst du schön die Suppe mitwürzen. Jam, 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 jam. Äh, es gibt hier sehr interessante Fragen, muss ich sagen. Nein, Hühnchen! Okay. Ja, das... Ja, ja. Mit einem gezielten Schlag habe ich das Chicken Wings wieder reingeholt, ey. Also. Äh. Jemand will wissen... Boah, jetzt schneit es nicht ernsthaft schon wieder, oder was? Jemand will, dass wir über Drogen sprechen. Ja, wie stehe ich dazu? Bester Stopp, würde ich mal sagen Crystal Meth, was noch? Sonst noch irgendwelche Fragen? Okay, mal im Ernst. Ja, sagen wir es so, Leute. Kiffen, rauchen und so würde ich nicht machen. Es gehört sie einfach nicht und es ist scheiße. Max! Ja? Passiert ja gar nicht. Nö, pass auf, jetzt treffe ich das Huhn. Achtung, Moment. Da hinten Achte auf das Huhn Achte genau auf das Huhn Du sollst vielleicht von der anderen Seite das machen Aber jetzt ist es abgehauen Sonst hätte ich es ins Haus buxieren können Ich buxiere es auch ins Haus Aber halt in einer anderen Form Wo ist denn das zweite Huhn im Keller? Ja, im Keller Unser zweites Huhn ist weg Nein, es ist im Keller Nö, hier ist keins Loll, habe ich dann gerade unser eines Hühnchen gerade getötet oder was? Das kann doch gar nicht hochgekommen sein Hier ist keins Ich höre eine Spinne Und oben ist auch keins Ich höre ja eine Spinne Ich kriege Paras Das Hühnchen kann ja schlecht hochgekommen sein Kann schon sein Ich höre Spinnen, ich kriege ja voll die Paras Naja, wir sollten vielleicht mal fackeln Und uns besorgen, wenn wir Kohle hätten Ja, aber wir brauchen halt erstmal Kohle, wa? Wie viel ist denn? Wie spät ist denn das denn überhaupt? Ich muss mal gucken Da ist die Spinne Und da unten ist ein Creeper Soll ich mal die Spinne töten? Nö, brauchst du nicht Ja, ich hoffte, du würdest das sagen So, erstmal hier Oh oh Die Spinne sieht mich an Oh nein, nein Mr. Creeper, go away Go Go Du spaß dich, Creeper Geh, 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 geh Der sucht nach dem Eingang Der Creeper kommt hochgehüpft Geh, du Hure Nein Also, du Rächst dich sehr elegant auf Er hat diese Hure Und unsere halbe Bruchbude In die Luft gesprengt, ey Ich krieg das große Kotzen Boah, das war's, ey Das ist eh ne Bruchbude Dafür Ey, ey Die Spinne attackiert mich Stirb, du Mistvieh Olli, in Rage Was heißt die in Rage? Ich hab noch nicht mal angefangen Rage Mode activated Haben wir noch Holz? Ne, haben wir nicht mehr Wie sieht's im Ofen aus? Da ist immer noch Glas Du hast grad 9 Stecks nachgelegt, wa? Ich hau mal in die eine Truhe Jetzt noch hier meine ganzen Reine Weil ich ja viele Stecks habe Da ist auch noch ein bisschen was drin Leg ich immer noch nach Aber wir müssten Wir müssten langsam mal Kohle besorgen Müssten wir machen Ohne Kohle läuft grad schlecht Und Holz Warte mal Ich muss mal ganz kurz gucken Ich brauch noch ganz kurz Ein bisschen Stein Dann baue ich unten Ich baue uns gerade unten So eine Art Keller, wa? Da verfragt mir dann auch Die ganzen Truhen hin Und da brauche ich jetzt aber A, erstmal fackeln Um weiterzumachen Weil sonst ich so viel mache Dass unten Mobs spawnen können Ja Na gut, egal Ich mach jetzt erstmal Im Keller weiter Hast du sonst noch ein paar Fragen? Äh, ja Gleich wäre es mal nett Wenn du vielleicht vorher Ein bisschen Holz formen könntest Wo? Ist mir egal, hauptsache wir haben Holz Naja, jetzt während der Nacht Mach euch das garantiert nicht Ich bin nicht Es wirds wieder Tag gerade Achso Da baue ich doch ganz kurz hier Meine eine Reihe zu ändern Komm ich sofort Da kommt ein Zombie Ähm, ja, äh, was ist eure Lieblings-YouTuber? Ich würde ganz klar sagen Dieser GP 3050 von Tri-LP Ohne Eigenlobe Äh, hä, 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 okay Immer scherz beiseite Ich würde sagen Ich schwanke zwischen PewDiePie Weil ich gucke den sehr viel Und, ähm, Gronkh Ähm Sind es so meine Favoriten Sind es so meine Favoriten Ah, Mann Ich mag, äh, die Klaffi Nova Das ist so Musiker halt, ne Und bescheuert ist er auch Aber, äh, passt genau zu mir Ja Genau so schlimm wie ich Naja, wurde schlimmer Naja, ähm So, ich komme nochmal kurz nach oben Achso Äh, auch eine sehr interessante Frage Äh Sag an, was ist ein interessanter Fuss? Ich glaube, Max muss mal ganz kurz Auf die Lette scheißen gehen